Ich habe heute am 19. Juli 2023 hier was ganz Interessantes, hier entdeckt in Hannover eine Drohne und jemand, der mir das mal erklärt, was das hier alles auf sich hat. Ja, guten Tag, mein Name ist Friedrich Wilhelm Bauer von der Hochschule Hannover aus dem Projektlabor für Werkstoffe im Flugbetrieb in der Werkstofftechnik. Wir vereinen hier zwei Themen, einmal die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung mithilfe der Thermografie und ein entsprechendes Vehikel dafür, ein Fluggerät, das solche Infrarotkameras auch tragen kann. Wir haben jetzt hier ein Beispiel aus dem Flugzeugbau, das ist ein Landeklappe-Segment von einer Boeing 747. Das ist im Anflug auf Frankfurt abgefallen aufgrund eines Korrosionsschadens der Aufnahme dort innen, dieser Ausschnitt, den Sie dort sehen. Da war die Aufnahme, die hatte einen Korrosionsschaden, ist infolge dieses Korrosionsschadens gebrochen und dieses Bauteil ist dann zu Boden gestürzt. Wir haben dieses Bauteil jetzt heute hier, um zu demonstrieren, wie man Wassereinschlüsse in Honeycomb-Sandwich-Strukturen detektieren kann. So eine Sandwich-Struktur kann man sich ganz einfach vorstellen, also wir haben hier einen Kern, das ist hier, weil das Bauteil eben recht viele Schäden hat. Das ist eine Honigwaben-Struktur und außen ist dieser Kern umfasst von einer dünnen Glasfaser-verstärkten Kunststofflage. Und im laufenden Betrieb kann es jetzt sein, dass dort vielleicht Hagelschlag vorliegt oder Vogelschlag oder sonst irgendwelche Beschädigungen, die die Oberfläche, also dieses dünne GfK, beschädigen. Und wenn diese Oberfläche beschädigt ist, dann kann es passieren, dass in diesem Kern, der ist ja normalerweise Luft gefüllt, dass dort Kondenswasser einbringt. Und Kondenswasser ist im Flugzeug insofern schwierig bis gefährlich. Es kann sich dort ansammeln und wenn das Flugzeug in großen Höhen fliegt, bei minus 40, minus 50 Grad gefriertes Kondenswasser, dehnt sich aus und beschädigt die Struktur weiterhin. Und es ist jetzt eine Standardprüfung oder Standardprüfverfahren im Luftfahrtbereich, dass man mit einer Infrarotkamera, wie wir sie hier stehen haben, und einem Heizlüfter, wir haben jetzt hier mal einen ganz normalen Haushaltsföhn, aber der erfüllt diese Aufgabe ganz gut, mal bei diesem Bauteil exemplarisch demonstrativ mal so eine Wasser- oder so eine thermografische Prüfung auf Wassereinschlüsse machen. Ich muss dazu sagen, natürlich haben wir das Bauteil vorher präpariert, wir haben das natürlich bei uns auch in der Lehre im Labor im Einsatz. Und diese roten Kreise, Kringel, die Sie hier sehen, die haben Studenten gesetzt, weil sie da eben diese Wassereinschlüsse, die von uns eingebracht worden sind, gefunden haben. Und wir können jetzt hier das mal bei diesem hier mal demonstrieren. Ich mache mal die Lüfter an. Hier haben wir den Monitor, der Infrarotkamera. Die Oberfläche wird erwärmt. Was wir hier sehen, sind mehrere dunkle Punkte. Die Oberfläche, also das GFK, ist ja sehr dünn und darunter der Honigwarbenkern, die sind ja normalerweise luftgefüllt, das heißt also, die werden sehr schnell sehr warm durch den Heizlüfter. Das Wasser, was da drin ist, hat eine höhere Wärmekapazität als Luft und deswegen bleibt das kühler und kühlt so auch in dem Bereich die Oberfläche runter. Deswegen können wir hier einen schönen hell-dunkel Kontrast sehen. Und das ist eine Prüfung, wie man sie in der Luftfahrtindustrie machen kann, um solche Strukturen zu überprüfen, auf Wassereinschlüsse zu überprüfen. Man kann das Ganze nicht nur stationär machen, so wie wir das hier machen, man kann das auch mit so einem Fluggerät machen, kann die Infrarotkamera an so ein Fluggerät bringen und damit ein Flugzeug abfliegen. Und solche Teile, es muss ja kein Landeklappensequenz sein, es kann auch ein Seitenruder sein, wo wir dann in entsprechende Höhen müssen, das entsprechend prüfen. Ja, und das macht man dann auch mit der Drohne? Das kann man dann mit so einem Hexakopter machen, wie wir ihn hier stehen haben. Das ist also unser Vehikel, um Prüfgeräte zu tragen. Hexakopter deswegen, er hat sechs Rotoren und Sie haben das ja vorhin schon mal gefragt, wie das mit der Ausfallsicherheit ist. Es kann ja immer mal sein, dass ein Motor ausfällt und uns ist wichtig, wenn wir solche Prüfungen machen, dass uns das Fluggerät nicht gleich vom Himmel fällt. Wenn ein Motor ausfällt oder so ein Hexakopter, kann man den immer noch stabilisieren und sicher zu Boden bringen. Das kann man aber nur, weil der eben sechs Rotoren hat. Bei einem Gerät mit vier Rotoren wird das schon wesentlich schwieriger. Das ist ein normaler Quattropter, das ist ein industriegübliches Modell, das ist ein Eigenbau hier, den Studenten für uns gebaut haben. Einfach aus dem Grunde, damit wir in der Lage sind, hier unterschiedliche Nutzlasten drunter zu setzen, also sprich auch eine Infrarotkamera, mit der wir Werkstoffe oder Bauteile prüfen können, wie zum Beispiel Luftfahrtbauteile, Seitenruder von Flugzeugen, die natürlich in entsprechenden Höhen sind, wo man dann ganz einfach oder relativ einfach mit dem fliegenden Gerät dran kommt. Das ist so dann die Aufgabe. Also sozusagen die Werkstoffprüfung kombiniert mit der luftgestützten Prüfung zusätzlich, zusätzlich dann noch die Beschäftigung mit der Betriebssicherheit von solchen Fluggeräten, weil wir natürlich nicht möchten, dass das Gerät dann im Betrieb runterfällt, kann Personengefährden gegen Sachbeschädigungen führen und das möchten wir nicht. Und deswegen habe ich hier den zweiten Hut auf. Ich habe im VDI, vertrete ich den VDI-Fachausschuss für unbemannte Luftfahrtsysteme und da beschäftigen wir uns mit der Betriebssicherheit von solchen Fluggeräten. Das ist also ein Paket, was wir hier darstellen. Ja, und dieser ganze Aufgabenbereich, den halten Sie für sehr interessant, haben Sie mir vorhin gesagt? Ja, natürlich. Und wie sind Sie dazu gekommen? Also Sie hätten ja auch Elektriker lernen können, wie ich jetzt. Ja, das stimmt. Also ich habe an der Hochschule Hannover studiert und ich habe eine große Affinität zur Fliegerei. Und ich habe jetzt durch diese Kombination mit den unbauten Luftfahrzeugen sozusagen mein Hobby zum Beruf gemacht. Also mir geht es sehr gut. Also Hobby zum Beruf, das merkt man. Und das ist auch wirklich, macht dann auch Spaß. Das macht in der Tat Spaß, ja. Also ich liebe Luftfahrzeuge und deswegen stehe ich auch hier, weil ich auch, das ist nochmal so ein anderer Grund, es geht ja immer, Fliegerei ist ja immer recht negativ belastet in den aktuellen Berichterstattungen und ich möchte einfach sagen, also Fliegerei hat durchaus ihre Existenzberechtigung in vielerlei Hinsicht. Es gibt auch viele Arten der Fliegerei, viele Arten von Luftfahrzeugen und ich trete auch dafür ein, dass man auch vieles mit Augenmaß betrachten sollte, nämlich alles verteufeln sollte. Mit Augenmaß? Ja. Mit Augenmaß oder der Kamera? Augenmaß oder der Infrarot-Kamera, ganz genau. Eine UV-Lichtkamera ist das? Eine Infrarot-Kamera. Infrarot. Ja, genau. Wir haben die Strahlung, die sie da sichtbar machen. Und Sie haben vorhin gesagt, bei den Windrädern kann man bis zu einer Entfernung von... Also wir können mit dieser Kamera, können wir auf Windkraftanlagen, Rotorblättern, im laufenden Betrieb können wir Oberflächenschädigungen feststellen. Diese Oberflächenschädigungen, wir können ja mal ganz kurz rüber gehen. Ich habe jetzt die Kamera hier, aber das können wir auch mal so erklären. Das ist jetzt, das ist so ein anderer Bereich, was wir noch machen, Windkraft. Hier haben wir eine Rotorblattspitze, eine 2,5 Megawatt Windkraftanlage. Und so eine Anlage im Betrieb, die ist ja der Witterung ausgesetzt. Die ist ja hier, ist in der Luftströmung drin. Das heißt, wir haben an der Vorderkante können wir Erosionsschäden haben, wir können Einschlagschäden haben. Und hier haben wir mal so einen künstlichen Schaden eingebracht. Und wenn man diesen Schaden jetzt kann man im laufenden Betrieb der Windkraftanlage feststellen, indem man die Infrarotkamera auf das Rotorblatt richtet und eine Aufnahme macht. Wie kommt der zustande? Das Rotorblatt wird von der Sonne aufgeheizt und dieser Schaden hier, der verwirbelt die Luft. Normalerweise streicht die Luft ja laminar über diesen Flügeln. Das heißt, diese laminare Luftströmung sorgt dafür, dass nicht so ein Temperaturausgleich mit der umgebenden Luftströmung stattfindet. Dieser Schaden hier verwirbelt diese Luftströmung und kühlt damit die Oberfläche ab. Sie haben so eine Art Windschatten auf der Infrarotaufnahme. Das ist so ein dunkler Schatten, der sich hinter diesem Hindernis oder hinter dem Schaden ausbildet. Das kann man detektieren. Das kann Schmutz sein, das kann aber auch ein kapitaler Oberflächenschaden sein. Und wenn Sie so etwas auf dem Rotorblatt haben, kann es sein, dass der Ertrag dieser Windkraftanlage zurückgeht. Und das will man nicht. Man möchte ja, dass die möglichst effizient arbeitet. Und dann kann es nötig sein, dass man von Zeit zu Zeit mal die Rotorblätter instand setzen muss oder reinigen muss. Und ohne eine Drohne einzusetzen, bis zu welcher Entfernung, Sie hatten es vorhin gesagt. Ja, wir sind da in einer Entfernung, wenn wir vor der Anlage stehen, die läuft und machen Aufnahmen 120, 130 Meter Entfernung sind wir da. Da kann man die auswerten. Da kann man das sehen. Natürlich ist die, wollen wir sagen, die geometrische Auflösung ist natürlich sehr mäßig auf die Entfernung. Aber wir können solche Schäden verstehen. Ja, sehr interessant. Vielen Dank fürs Interesse. Vielen Dank. Vielen Dank.